Moin, willkommen zurück bei Order of Battle mit der Blitzkrieg-Kampagne. Einmarsch in Norwegen ist angesagt. Dritte Runde so gesehen. Ich hoffe, ja wohl der Folge. Ich glaube nicht, dass wir es bis dahin schaffen. Aber ist auch real. Wir werden früher oder später das hier schon geknackt kriegen. Jetzt ist erstmal mir wichtig, dass ich mein Aufklärungsflugzeug hier wegbekomme. Aber ich glaube, das hat sich erledigt. Das werde ich nicht schaffen. Die werden mir immer hinterher kommen. So, ein List. Naja, gut. Da sind sie gelandet. Ist nicht so schlimm. Wir schwächen erstmal weiter. Ist toll, weil ich... Da hat er noch vier. Oh, der muss ganz schnell landen. Habe ich jetzt ja nicht viel voll genommen. So, dann marschieren wir jetzt mit dem hoch. Können immer noch nicht angreifen. Da gibt es doch ja, ne. Das kann ich nicht. Ist glatt. Okay, dann marschiere ich hier als Unterstützung hinterher. Heile mich, damit wird Spieger, mich da von der Position zu verdrängen. Da kommt auch schon, wie gesagt, die Verstärkung. Flugzeug habe ich hier noch. Ein Hangar. Okay, Verstärkung. Ich glaube, der rote Punkt zeigt an, dass sie keine Versorgung mehr bekommen. Weil ihr seht ja, da ist nichts, was ihn irgendwie versorgen könnte noch. Jetzt verbinden wir das Ganze hier. Jetzt haben wir einen Schlauch gezogen. Und marschieren weiter. Feuchtvolle ich auf die nächsten Stellung hinzu. Ich glaube, dem werde ich... Würde ich denen da helfen? Ich glaube, ich marschiere runter und helfe hier unten bei M-Mode. Was kann ich noch machen? Gar nichts weiter, ne? Ne. Hier kann ich nichts mehr machen. Gut, alles klar. Nächste Runde. Einheiten Aktion. Ja, ja, das ist der mein typischer Gender. Oh, drei. Eins. Nein. Wenn er jetzt mich jagt, dann bin ich, bin ich weg. Man könnte es sagen. Und dieses komische Unbeziefer ist da noch. Mein Monitor ist nicht rum. Er wird es nicht schaffen zu landen. Bis dahin ist er schon down. Na, greifst du mich an? Oh Mann, bist du so blöd. Nein. Ach, schade. Mein Aufklärungsgespräch ist ein Karsch. So ein Mist. Na gut. Das schaut uns sechs alliierte Landeinheiten aus. Das ist ja nicht das Problem. So, hier haben wir schon wieder eine ausgeschalten. Jetzt können wir auch hier wieder angreifen. Er versucht zu flüchten. Ich werde mal mit meinem Jäger, oder? Wenn ich jetzt schon runtergehe mit meinem Jäger? Ne, ich zerstöre erstmal den. Aus dem Rennen. Reaktion der kanzösischen und britischen Schreikräfte auf unsere besetzten Norwings hatte für uns geile Konsequenzen. Ihre Invasionen wurden zurückgeschlagen und die verbliebenen alliierten Truppen werden aus Skandinavien evakuiert. Echt jetzt? Nö, sehe ich noch nicht so. So, wieder heilen hier. Dann können wir mit dem Bomber dem Moor weitermachen. So, auch ausgeschalten. Heilen. Könnten wir mit dem Zug, aber machen wir nicht. Jetzt marschieren wir hier weiter ins nächste Dorf. Oh, Berlinfeld. Das Dorf haben wir auch eingenommen. Ich weiß, gehen wir gar nicht. Geben die mal Punkte, die kleinen Dörfer? Ne, geben sie gar nicht. Doch, geben sie. Klar wäre ich denn. Das hier hat ja zum Beispiel auch Punkte gegeben. Also wird das hier auch Punkte geben bestimmt. Okay. So. Wenn der mal hier abzischen würde, dass ich mein Versaugungsschiff da reinsteigen könnte. Aber nein. Warum sollte er auch? Ja, machen wir mal so. Wir haben jetzt auf den Deckel bekommen jetzt, aber kann man jetzt nicht erinnern. So, aber wenigstens hier verbunden miteinander. Das war's auch schon wieder. Mir können wir wieder nicht machen. Hm, wie ich es ahnte. Aber du wirst dann mal einen Bomber spielen. Ja, was machst du jetzt? Kreist du mich an? Exakt. Ah, jetzt hat's mir gegeben, ey. So, wir müssen noch Oslo und Trondheim verbinden miteinander. Ich möchte aber noch ganz gerne Gefahrungspunkte sammeln. Ähm. Wieder wird eingenommen. Ach, sieh an. Okay. Können wir jetzt noch irgendwas machen? Können da runterfliegen und Stress machen bei dem, ja. Machen wir doch. Ja. Ausradiert. Und eingenommen. Perfekt. Jetzt müssen wir aber nochmal... Ist ja schon verbunden, ne? Oh, cool. Gut. Dann marschieren wir jetzt mal langsam runter. Um hier alles zu verbinden. Um hier alles zu verbinden. Den bombardieren wir auch gleich noch. So, haussammelt. Das ist auch kein Problem. Das ist auch alles entspannt. Okay. Okay. Nächste Runde. Okay. Oh. 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 mit dir irgendwo hier ist Ah, der ist ja süß. Und tschüss. Oh Gott, tschüss. Okay. So, jetzt wollen wir mal hier uns ranmachen. Ah, seht ihr, schon ist halt hier alles unseres komplett. Wir müssen nur noch mal hier das einnehmen. Die Festung sorgt dafür, seht ihr, die Umrandung. Also muss man die noch außer Effekt setzen, aber das ist ja nicht der Problem. Kriegen wir auch hin. Das soll der geringste Übel sein. So, machen wir jetzt mit dir hier. Oh, jetzt ist der geheilt. Dann guck mal her. Da ist noch ein bisschen hartnäckig der Gegner. Da haben wir auch noch einen rumstehen hier. Was ist denn das? Fallschirmjäger. Haben wir noch einen Flugplatz? Ne, da haben wir keinen Flugplatz. Ne, naja gut, dann müssen wir halt laufen. Was soll's. Wobei, er könnte nach Rom und Moland angreifen schon mal. Und die zwei Einheiten stoßen dazu. Okay, dann machen wir das so als nächstes. Das haben wir auch alle schon eingenommen. Gut. Oh, hier gibt's jetzt nichts mehr zu erledigen. Okay, na dann. Das soll ja. Fortfahren. Tja, weil sie nichts zu tun haben, fahren sie lieber ein, zwei Schritte vor. Und, oh Gott. Drei abgezogen. Alter. War ja immerhin schon mal ein abgezogen. Ja, wo geht's hin, mein Freund. Das kannst du ja gleich mal ver... Oh, da kommt's wie ein Schiff, verflucht. Und dann werden wir erstmal hier die Schiffe abfangen. Wir haben immer mehr Einheiten gesetzt. Was? Okay... Ich hab ja, ein... äh, rund kann der noch drei. Ähm... Das war's für heute. greifen wir an mann, du bist so ehrlich, kannst du dich nicht mehr helfen hmmm Dann wieder nächste Runde. Er tauscht den Platz bloß. Ach da, da hat er sich verkrümelt. Okay. Gut schieß. ist er muss zurück aber dafür dann greife ich über den an keine kann doch nicht angreifen so machen wir jetzt hier das stimme alles eingenommen hier da ist nicht nur männer einheit drinnen auch nicht schlecht ja ich würde erst mal es läuft doch wunderbar machen jetzt das war die nächste runde das nervt dass sie meine kärfer blöder 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 Was ist das? Oh, die kriegen ich auf den Sack hier. Wir haben noch so viele Rundzeiten, als ich gerade... Ähm... Da hin... Zack! Den Rest machen wir mit einem Bomber. Hä? Ach, der kann... Der Bomber kann den nicht sehen. Das ist ja auch doof. Na egal. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch Einheit hier rumstehen? Ja, haben wir noch. Also auch kein Problem. Äh... Wir vernichten die. Das läuft hier aber besser. Sehr schön. So, wieder was eingenommen. Da müsste er auch schon langsam... Ja gut, der gewinnt langsam an Erfahrung. Minen fällt und reinmarschiert. Ja, wunderbar. Ähm... Da haben wir schon alles. Meine Flugzeuge müssen rinnen. Der kann immer noch nicht. Dann greifen wir jetzt einfach an. Scheiß drauf. Äh... Das war sogar erfolgreich. So, da haben wir auch schon alles unter Kontrolle. Ja, gut. Nächste Runde gucken wir uns wieder Schiffe an, wie sie doof rumfahren. Du greifst mich jetzt nicht an mit deiner einen Einheit da. Nee, doch nicht. Er kriegt ja mal ein bisschen Mörse. Hat da keinen Gegenschlag... Äh, Gegenschlag zu erwarten. Also kriegt er jetzt die Kuhkutsche. Auch ohne Probleme. So weit erwarten wir uns hier. Im Bunker. Mal hoffen, dass wir die einheitlich verlieren. Äh... Können wir jetzt hier noch machen. Komm, wir rüber. Wir rüber. Auf Kosten von ein bisschen Leben. Sowas hartnäckiges ist aber auch echt. Das funktioniert hier auch alles ganz super. Ach, das hier geht es schon. Wir gehen jetzt nach da runter, du gehst nach da. Haben wir da auch alles eingenommen. Der kann da nicht angreifen, verstehe ich nicht warum. Das hat er mal einen erwischt von uns. Was soll nicht das Problem sein? Mein Flugzeug ist schon wieder dieses 4-Mail-Monitor hier. Es ist fürchterlich. Seit ein paar Folgen erfolgt mich das Ding hier. Fliegen wir einfach mal zurück. So, das war es dann auch wieder. Manchmal ist es echt besser ohne KI zu spielen. Oder verbündete KI. Nein, wir haben nur eine Hand verloren. Du dreckiger kleiner Mistbunker. Das hast du nicht umsonst gemacht. Der ist gleiche Schicht, da. Haben wir das auch? Oh Mist. Warte, kein Problem. Wir haben nur andere Einheiten da. Okay. So, kriegen wir den jetzt mal langsam rausgebombt hier. Die olle Nervensehe. Tag. Gibt es doch gar nicht. Der hat schon einen Sternenhalben, ey. Das war es jetzt hier auch wieder, oder? Mein Gott. Aber wir haben noch sieben Runden Zeit. Das schaffen wir dicke. Ich kann auch laufen mit meiner Arbeit. So, Flugzeug wieder raus. Endlich. Endlich. Sehr schön. Auch eingenommen. Jetzt schieben wir hier runter. Ob bin ich das jetzt noch? Jetzt müsste eigentlich alles verbunden sein. In der nächsten Runde... Nee, ach so. Er muss ja auch noch weg hier. Ach, stürbt doch endlich. Junge. Ach, stürbt doch noch. Oh. Tendlich. Statt. Ja. Tendlich. Tendlich. Woh? Hm? Woh? Woh? Das war es. Ja, das war es. Ach nein. So. Ja, seht ihr, jetzt ist alles verbunden miteinander. Na gut, hier ist noch eine Einheit, deswegen würde die Alt noch nicht eingenommen sein. Warte, klären wir jetzt. So, wunderbar. Können wir mit dem Zug fahren jetzt immer? Äh, heilen. 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 Geheilt. Wunderbar. Gucken wir mal, ob wir da noch ein Stück finden. Was ich jetzt aber nicht glaube. Okay. Das müsste das hier auch gleich eingenommen sein. Ja, ist es auch. Alles schön heilen. Ich würde das auskosten, weil wir nämlich pro Runde Geld bekommen. Ressourcenpunkte von mir oder so. Nein, hier sind keine Funktion. Okay, schon. Hier ist nichts mehr. Ui. Ui. Ui, hab ich ja fast vergessen. Mann, ich schweige ja. Ui. Ui, hab ich ja fast vergessen. Wartet mal. Wartet mal. Fehlt hier mir nicht nur. Hier fehlt auch ein Flugzeug. Oder? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich hatte drei Bomber und zwei Jäger. Ah, hier ist der andere. Okay. Den schicken wir am liebsten. Und anders auch noch rein. Dass er so gar nicht schief bleibt. Und ich versehentlich dann überspringe und der schützt mir ab. Oh, diese Schiffe. Mann. Okay, rundmäßig reicht das auch noch. Schön alle Einheiten heilen. Huch. Okay, alle Flugzeuge zurück. Ja, hier sollten wir eigentlich mit den zwei Einheiten schnell kaputt kriegen. Eigentlich. Ja, ich bin nicht, dass du hier bist. Ich bin einfach nur. Ich bin nicht natürlich. Ich bin nur noch der Hen。 Ich bin nur woher. Was ist das? Ich bin ja. Wie ist das? Was ist das? Eigentlich. Ja. Ich bin auch. Ja. Ich bin noch nie. Oh, das geht. Ich bin noch nie. gibt es jetzt noch irgendwo einheiten die wir heilen müssen ist alles okay ich wohne haben wir noch okay ja noch drei und zeit alles klar er versucht er ernsthaft mich jetzt muss bis dahin um die preise zu schließen hier ist eine einheit die kann jetzt müssten alle wieder voll sein flugzeuge sind da oben da ist meine anderen flugzeuge drin einheiten ja 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 okay gut so letzte runde dann müssen wir okay ist schon passiert sieg 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 sie so dank der erfolgreichen besetzung norwegens ist die versorgung mit skandinavischen eisenerz gesichert zudem verfügen wir nun über flottenstützpunkte und flugplätze die wir für operation in der nordsee und im atlantik nutzen können ja schön war ja ein ganz angenehmer level wir haben jetzt durch zwei einheiten verloren aufklärer einem jäger und eine infanterie einheit an mg posten mg bunker aber gut dafür haben wir alle anderen mission auch wieder legt bekommen ja gut dann sage ich danke schön fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bye